blinded by the light wrapped up like a douche another owner in the night blinded by the light wrapped up like a douche another owner in the night blinded by the light so, wo sind wir? was machen wir heute? also wir sind jetzt hier irgendwie machen Promos so ein Schnarch oh was denn? davon nehme ich auch was da die Jungs wissen Bescheid, ne? hmmm so, ich habe mir jetzt nicht gerade den Mundfusselig geredet weil ihr wisst, wie in Interviews bin recht geschweigsam aber dafür haben die Jungs wieder übernommen und es war grandios war gut ich habe Spaß gemacht und jetzt geht es wieder zu den Proben